Hey Leute und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen und kleinen Video zwischendurch. Und zwar würde ich euch nur kurz ankündigen, dass ich jetzt ein Q&A starte. Also schreibt mir eure Fragen, die ihr eigentlich habt, in die Kommentare und ich freue mich noch die Fragen im Voraus. Und dann bleibt tschüss, bis zum nächsten Video.